Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Episode unserer Serie, in der die Fragen beantwortet werden, die die Geschäftsführung von Unitsky String Technologies im Laufe des Jahres von denjenigen erhalten hat, die die Entwicklung unserer Projekte verfolgen. Mein Name ist Evgeny Petrov, ich bin stellvertretender Generaldirektor für Marketing bei Unitsky String Technologies. Mit mir sind heute Arsene Babayan, Vertreter der Moskauer Niederlassung von OOO Unitsky String Technologies Oleg Zaretsky, Leiter der Niederlassung von Youth Discovery in Dubai, sowie die Mitarbeiter von Unitsky String Technologies Inc. Maxim Gusev, Leiter der Abteilung für Projektmanagement und Maxim Kubischkin, Leiter der Abteilung für Projektarbeiten. Ich erinnere Sie daran, dass nach mehreren Episoden, in denen wir im engen Kreis kommunizieren, die Ansprache des General Designers und CEO von Unitsky String Technologies Inc. veröffentlichen werden, wo die Bilanzen der Arbeiten und der Prozesse im Jahr 2023 gezogen werden. Und heute werden wir über ein Thema sprechen, das für alle, die die Entwicklung des Projekts verfolgen, interessant ist. Dieses Thema betrifft die Frage, warum nicht alle Informationen veröffentlicht werden, warum wir die Öffentlichkeit nicht über alle unsere Schritte, nicht über alle unterzeichneten Verträge informieren, sondern nur sehr selektiv. Über einige Dinge berichten wir, über andere ziehen wir es vor zu schweigen. Ich schlage vor, Oleg, dass wir heute mit Ihnen beginnen. Erstens, es gibt rechtliche Fragen. Natürlich unterzeichnen wir mit unseren potenziellen Kunden Vertraulichkeitsvereinbarungen und zwar in verschiedenen Phasen des Projekts. Warum bittet uns der potenzielle Kunde, keine Informationen preiszugeben? Hierfür kann es viele Gründe geben. Der erste Grund ist, dass der Kunde keine Informationen über das potenzielle Projekt vorzeitig veröffentlichen möchte. Denn es geht oft um finanzielle Fragen, um die Verteilung von Cashflows, um den Kampf um das Budget. Es ist klar, dass die verfrühte Information über das Projekt dazu führen wird, dass verschiedene Akteure sich einmischen werden. Oft Feinde, oft Konkurrenten. Sie werden um Gelder, um den Haushalt, um Grundstücke, um alles kämpfen. Und das müssen wir verstehen. Die zweite Frage lautet, warum wollen wir einige Informationen verheimlichen? Wenn der Kunde uns bittet, etwas nicht preiszugeben, haben wir kein Recht, diese Information weiter zu übergeben. Sie ist vertraulich. Das war die erste Frage. Die zweite Frage, oft bitten wir darum, bestimmte Informationen nicht preiszugeben, weil wir es nicht für notwendig halten, diese Informationen vorzeitig zu veröffentlichen. Auch dafür kann es verschiedene Gründe geben. Erstens gibt es Missgünner. Zweitens gibt es Konkurrenten. Wir sind uns bewusst, dass die String-Transport-Technologie so viele Vorteile hat, dass die Wettbewerber anfangen könnten, uns Steine in den Weg zu legen. Wie einer meiner Freunde oft sagte, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich weiß, wie ich dir wehtun kann. Es gibt viele Informationen, die über die Massenmedien und skrupellose Journalisten verbreitet werden. Das kann natürlich unserem Projekt schaden. Deshalb empfehle ich dringend, es so lange wie möglich geheim zu halten, um zu verhindern, dass unsere Konkurrenten, Gegner, Konkurrenten, Missgünner dieses Projekt informell, finanziell oder auf andere Weise angreifen könnten. Es ist klar, dass die String-Transport-Technologie so viele Vorteile hat, dass man davon ausgehen muss, dass wir viele Gegner haben. Ich denke, das sind die beiden Hauptgründe. Es gibt viele Beispiele dafür, dass die zu früh verbreitete Informationen über ein Projekt, die oft aus der Fahrlässigkeit weitergeleitet werden oder sogar von unseren Gegnern stammen, zu sehr ernsten Problemen führen können. Es führt zu... Ein Beispiel. Ich möchte das Land nicht nennen, aber es war so, dass noch vor nicht allzu langer Zeit die Kollegen in diesem Land noch ernsthaft die Umsetzung unseres Projekts planten. Dann haben sie irgendein Schreiben Beschwerden bekommen. Und dann haben sie einfach aufgehört, mit uns zu reden. Okay, das ist ihre Entscheidung. Dennoch glaube ich, dass einer der Gründe dafür war, dass unnötige Informationen durchgesickert sind. Das ist meine Meinung. Können Sie uns ein Beispiel nennen? In einer der letzten Episoden haben wir gesagt, dass die Zahl der Anträge gestiegen ist, nachdem Herr Gadkari uns besucht hatte. Ich habe die Nachricht in meinen Kanälen veröffentlicht. In Telegram, in Instagram und so weiter. Und schauen Sie mal, wie die Leute auf die Nachrichten reagiert haben. Aber unsere Nachrichten werden nicht nur von unseren Anhängern verfolgt. Glaubst du, unsere Konkurrenten sehen sich unsere Kanäle nicht an? Unternehmen, die Seilbahnen, Einschienenbahnen oder andere Technologien herstellen. Wenn wir Informationen über das Projekt veröffentlichen, steigt natürlich die Zahl der Konkurrenten und die Zahl der kommerziellen Angebote, die der Kunde erhält. Und müssen wir tatsächlich die Schwierigkeit der Ausschreibung künstlich erhöhen, nur um transparent zu bleiben? Wir sehen, wie der Hase läuft. Vielen Dank, Maxim. Ein weiteres wichtiges Thema wurde hier angesprochen. Oleg, Sie erwähnten den Wettbewerb um das Budget, um die Grundstücke und so weiter. Daraus kann man schließen oder besser gesagt feststellen, dass unsere Konkurrenten in einigen Fällen sogar fast immer nicht nur Verkehrsunternehmen sind, nicht nur Unternehmen, die Verkehrslösungen anbieten, sondern auch Developers und Unternehmen, die sich mit den Landschaftsarbeiten befassen. Das heißt, alle, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, so ein Projekt muss nicht unbedingt ein Verkehrsprojekt sein. Das gleiche Geld kann auch in ein anderes Infrastrukturprojekt gerichtet werden. Arsene, ich weiß, dass Sie in Ihrer Arbeit schon oft mit dieser Situation konfrontiert waren. Könnten Sie als ein Mann mit Erfahrung etwas dazu sagen? Meiner Meinung nach ist die Transparenz bei Projekten einerseits definitiv notwendig. Andererseits ist es schwierig, die Richtigkeit der Aussagen von meinen Kollegen zu bestreiten, dass es die Gefahr von Konkurrenz besteht. Die Wettbewerber werden aktiv, wenn ein Projekt irgendwo geplant wird und sie werden unsere Aufgabe schwieriger machen. Es gibt Sichergegner, die versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Ich glaube nicht, dass es nur eine richtige Antwort gibt. Es gibt einen Zeitpunkt, ab dem es Informationen über das Projekt geben muss. Es gibt einen Zeitpunkt, vor dem man diese Informationen lieber nicht verbreiten sollte. Unter anderem, um die Aufmerksamkeit der Projektteilnehmer mit Kommentaren, Fragen und Antworten nicht abzulenken, damit das Projekt in Ruhe reifen kann. Es gibt Zeiten, zu denen gute Dinge nicht erzählt werden müssen, damit die Energie des Projektteams nicht verschwendet. Ich möchte nur hinzufügen, dass es einen neuen Trend gibt. Es sind Betrüger aufgetaucht, die versuchen, die Idee der neuen Technologie zu nutzen. Es gibt zum Beispiel Railbus, die mit wahnsinnigen Ideen rumlaufen. Die wollen auch überall rein. Und ich halte es für nicht ganz richtig, Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, dass es hier oder dort ein Projekt gibt. Die sind wie Aasfresser. Sie gehen dann zum Kunden. Sie werden ihm etwas erzählen. Sie werden irgendwelche Termine organisieren. Oleg, stellen Sie sich vor, Sie verkaufen nicht die String-Technologie, sondern Siemens. Ja. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Erzählen oder nicht erzählen? Ich glaube es nicht, dass Siemens uns sehr viel erzählt. Das ist eine gute Frage nebenbei bemerkt. Ich glaube, Siemens denkt einfach darüber nicht nach. Und ich meine, Sie müssen auch auf dem Markt kämpfen. Sie haben auch Konkurrenten. Es gibt Siemens, es gibt Alston, es gibt Hitachi, es gibt eine Menge Unternehmen. Hyundai, das sich mit der U-Bahn beschäftigt, mit ernsthaften Verkehrsprojekten. Der Wettbewerb ist sehr hart. Und ich glaube nicht, dass Siemens an jeder Ecke über die möglichen Projekte erzählt. Ich glaube, Siemens ist in einer Position, in der die PR erst dann beginnt, wenn es bereits Zahlungen gibt oder der Bau begonnen hat. Aber das hat nichts mit der String-Technologie zu tun. Oder andersrum, das hat ausschließlich mit den Geschäftsgeheimnissen zu tun. Wenn wir den Point of No Return überschritten haben und das Projekt läuft, dann wird es weitergehen. Dann denke ich, sollten wir alle Arten von Veröffentlichungen zu diesem Thema begrüßen. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Arsens Analogie aus der Sicht eines Ingenieurs über die Einsparung der Energie des Projektteams unterstützen. Sie hat mir gut gefallen. Wir hatten schon Fälle, in denen unnötige Informationen das Team gestört haben. Es gab nämlich Fälle, in denen in der Presse, in der Medienlandschaft zu viele Informationen über ein potenzielles Projekt verbietet wurden. Jetzt ist die Welt offen. Jeder hat soziale Netzwerk. Da kommt jemand, kommen zu den Ingenieuren, zu den Designern, die an dem Projekt arbeiten. Die Fremden fangen an, Fragen zu stellen. Sie sagen, dass sie wissen, dass sie an einem Projekt arbeiten. Die Leute werden abgelenkt, die Leute werden besorgt. Bis zu einem gewissen Grad halte ich es für eine gute Sache, bewusst weniger Informationen über das Projekt zu geben. Wenn wir in die Bauphase, die Umsetzungsphase des Projekts kommen, ist es meiner Meinung nach gerechtfertigt, wenn Informationen in der Presse erscheinen und so weiter. Solange das Projekt noch nicht das Stadium der konkreten Umsetzung erreicht hat, glaube ich nicht, dass zusätzliche Informationen einen zusätzlichen Bonus für die gut koordinierte Arbeit des Teams bringen könnten. Vielen Dank, liebe Kollegen. Wir haben hier Siemens erwähnt. Der Name des Unternehmens ist nicht wichtig. Nehmen wir an, es ist ja ein fiktives Siemens. Es geht darum, dass es viele andere Unternehmen gibt, die sich mit großen Infrastrukturprojekten beschäftigen. Und in der Tat, ab einem gewissen Zeitpunkt kommen solche Projekte ohne Öffentlichkeit ohne öffentliche Diskussion nicht weiter. Schon deshalb, weil sie die Interessen der Bevölkerung berühren. Wenn eine Verkehrslinie an ihrem Haus vorbeiführen soll, wird das in den Stadträten, Regionalräten und so weiter diskutiert. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass wir oft gefragt werden, warum zeigt ihr nicht die Verträge, die ihr unterschreibt. Ich kann Ihnen sagen, dass wir es auch versucht haben, Informationen über die Verträge unserer Konkurrenten wie Siemens oder Doppelmayr zu finden. Wir haben Informationen nur über ein paar Projekte, die vor zehn Jahren umgesetzt werden sollten, gefunden, die zufällig im Internet aufgetaucht sind, aber mehr nicht. Weil der Vertrag Teil vom geistigen Eigentum ist. Jemand hat den Vertrag erstellt. Wir haben auch fertige Vertragspakete, in deren Entwicklung und Überprüfung wir viel Mühe investieren mussten. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass jemand einfach unsere Verträge kopieren und auf dieser Grundlage erbieten würde. Ich sage das Gleiche. Selbst wenn Informationen über ein Projekt veröffentlicht werden, sind alle Details des Projekts und der Technologie immer noch unser Geschäftsgeheimnis. Es gelten nach wie vor die Vertraulichkeitsvereinbarungen. Marketing oder Verkauf eines so komplexen Infrastrukturprojekts ist auch eine Technologie. Es kann externe Faktoren geben, die sich negativ auf das Projekt auswirken könnten, wenn wir über das Projekt sprechen würden. Und doch sprechen wir über einige Projekte. Lassen Sie uns unseren Zuschauern erklären, warum wir über einige Projekte sprechen. Olek, könnten Sie vielleicht noch einmal... In Indonesien haben wir mit Innovative Transport Systems ein Memorandum unterzeichnet, wo es bestätigt wird, dass sie unsere Partner in Indonesien sind. Es handelte sich also nicht um eine Vereinbarung, nicht um einen Vertrag über ein bestimmtes Projekt. Es war ein Memorandum darüber, dass es dort eine Regierungsorganisation gibt, die im Rahmen des Verkehrsministeriums organisiert wurde, um nach innovativen Verkehrssystemen für die Umsetzung in Indonesien zu suchen. Entschuldigen Sie, Olek, verstehe ich das richtig, dass wir in diesem Fall, wie auch in den anderen Fällen, wenn wir über unsere Projekte informieren, davon sprechen, dass unsere Partner öffentliche Unterstützung benötigen? Sicher. Es ging um PR und um Informationen in der Presse und den Medien. In diesem Fall handelte es sich um eine ITS-Initiative. Es war dasselbe Memorandum, das Zambe vom Verkehrsministerium in Dubai unterzeichnet wurde. Der ITS war daran interessiert, eine Beziehung zu uns aufzubauen. Auf dieser Grundlage erhielten wir einige Leads zu IST-Projekte. Und wir arbeiten übrigens sehr eng mit ihnen zusammen. Mit Hilfe von ITS wurde ein Treffen mit dem Gouverneur von Jakarta arrangiert. Das soll aber nicht heißen, dass es um ein bestimmtes Projekt ging. Nicht, wir wollten die Informationen über diese Zusammenarbeit veröffentlichen. Es waren die ITS, die sofort sagten, sie wollen der Presse Maximum von Informationen zur Verfügung stellen. Aber wir waren nicht dagegen, denn es ging nicht um ein bestimmtes Projekt. Es ist kein Geheimnis, dass Indonesien ein sehr guter potenzieller Markt für uns ist. Aber wenn wir über konkrete Projekte sprechen, in Indien oder in der Dominikanischen Republik oder sonst wo, dann würde ich die Details lieber nicht preisgeben. In Indonesien ziehen wir es vor, keine Einzelheiten über bestimmte Projekte preiszugeben. Gleichzeitig hatten wir zum Beispiel in El Salvador genau die gleiche Situation als die Behörden, die die Projekte initiierten und übrigens Unitsky String Technologies Inc. einen bestimmten Geldbetrag für die Machbarkeitsstudie zahlten, selbst daran interessiert waren, die Informationen zu veröffentlichen. Und in diesem speziellen Fall haben wir uns darauf eingelassen. Ja, wenn wir keine Fallstricken sehen, warum nicht? In einigen Fällen empfehlen wir es dem Kunden allerdings nicht, die Informationen zu veröffentlichen. In einigen Fällen ja, in anderen Fällen nein. Aber ich wiederhole, dass es keine allgemein geltende Regel geben kann. Natürlich bewerten wir alles nach der jeweiligen Situation und versuchen, das Richtige zu machen. Denn unser Ziel ist dasselbe, ein kommerzielles Projekt zu bekommen und es umzusetzen. Wir hatten, die dann aus verschiedenen Gründen auf Eis gelegt wurden. Ich kann mich beispielsweise an ein Projekt in der Ukraine erinnern, bei dem wir bereits mit einer Machbarkeitsstudie begonnen hatten und die erste Zahlung erhielten. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden wir gezwungen, alle Arbeiten einzustellen. Da ich denke, alle würden zustimmen, dass jedes Projekt individuell ist. Und zwar sehr individuell. In manchen Fällen erzählen wir darüber, in manchen Fällen schweigen wir lieber eine Zeit lang. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir schon auf der Baustelle sind, ist es natürlich unmöglich, Information zu verbergen. Lassen Sie uns darüber reden, welche Schwierigkeiten es noch gibt. Denn bisher haben wir hauptsächlich über die Siege und die Erfolge gesprochen. Aber es gibt auch eine Reihe von erheblichen Schwierigkeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Reihe von Projekten, für die wir sogar Verträge unterzeichnet, es hatte nichts mit der Verbreitung der Information zu tun. Das war einfach die höhere Gewalt. Es kann auch andere höhere Gewalt geben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es noch einen weiteren Punkt gibt. Russland und Weißrussland sind mit Sanktionen belegt. Wir sind alle Bürger dieser Länder. Daher ist es schwierig, über kommerzielle Projekte in Europa zu sprechen. Obwohl auch dort ein großes Interesse besteht. Es gibt ein großes Interesse in Europa und sogar in Amerika. Aber natürlich müssen wir jetzt den Schwerpunkt auf Asien und Afrika legen. Es gibt gewisse politische Risiken, wenn es um Lieferungen aus Weißrussland, Technologien aus Weißrussland und so weiter geht. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Es ist kein Geheimnis, dass alle Entwicklungsländer in Afrika und Asien unter einem enormen Druck stehen. Man will, dass jede Zusammenarbeit mit Belarus und Russland auf Eis gelegt würde. Ja, wir haben ein Unternehmen in den Emiraten. Wir sagen, dass wir eine emiratische Technologie haben. Aber noch einmal, wir müssen vorsichtig sein. Das hat also nichts mit der Transparenz oder Nicht-Transparenz von Informationen zu tun, obwohl in der Tat hat es. Ich werde weder Länder noch Persönlichkeiten nennen. Aber wenn man sich mit den Leuten auf dem hohen Niveau unterhält, dann stellt man fest, dass von allen Seiten Druck ausgeübt wird, um die Zusammenarbeit afrikanischer und asiatischer Länder mit Russland und Belarus einzuschränken oder sogar zu unterbinden. Eugene, ich werde kein konkretes Land aus meiner Praxis nennen. Aber wie kann die Transparenz der Informationen über das Projekt genutzt werden? Wenn wir über die Länder sprechen, in denen es Demokratie und Wahlen gibt, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unsere Projekte Infrastrukturprojekte sind. Sie helfen, Probleme zu lösen. Sie lösen die Verkehrsprobleme. Sie lösen die Probleme, die Kopfschmerzen für die regionalen Chefs bereiten. Und natürlich ist es für einen Gouverneur vor den Wahlen sehr günstig, wenn er dem ganzen Land verkünden kann, dass er einen Vertrag mit diesem und jenem Unternehmen unterzeichnen möchte, der das Verkehrsproblem lösen kann. Dann kommen die Wahlen. Entweder scheitert der Kandidat und alle vergessen unser Projekt oder das Versprechen bleibt nur ein Versprechen. Es gibt schon so ein Beispiel, als unser Projekt als Argument im Wahlkampf genutzt wurde. Das ist die negative Seite unseres Geschäfts. Obwohl Infrastrukturprojekte für jede Region und für die ganze Bevölkerung sehr wichtig sind. Ich danke Ihnen, Maxim. Sie haben in der Tat auf einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht. Ich möchte aber gerne etwas hinzufügen. Unsere Technologien, unsere Lösungen können von einigen Beamten als Teil einer Wahlkampagne genutzt werden. Aber wo es Wettbewerb gibt, ist jeder Politiker natürlich den Angriffen seiner Konkurrenten ausgesetzt. Wenn ein Politiker angegriffen wird, werden leider oft auch die Projekte angegriffen, die der Politiker fördert. Wenn wir Informationen veröffentlichen, laufen wir Gefahr, zusammen mit einer bestimmten Person auch in das politische Spiel vor den Wahlen verwickelt zu werden. Und die Attacke, die auf eine bestimmte Person gerichtet ist, wird auch unseren Ruf beeinträchtigen. Und der Ruf ist für uns heute sehr wichtig. Azan, haben Sie noch etwas hinzuzufügen? Zunächst zum Thema Sanktionsdruck, den Oleg erwähnt hat, in dem er sagte, dass der russische oder weißrussische Fußabdruck unsere Entwicklung auf einigen Märkten verhindert. Ich meine nicht die asiatischen Märkte. Dort gibt es auch Schwierigkeiten mit den Abrechnungen oder auch andere Probleme. Aber die europäischen und amerikanischen Märkte sind für uns im Moment geschlossen. Was unsere interne Situation angeht, Eugenie weiß das ganz genau, hat unser Projekt in einem südlichen Land schon ein gewisses Stadium erreicht und wir hätten die Finanzierung erhalten sollen. Das ist aber nicht geschehen. Das Projekt wurde nicht komplett eingestellt, es wurde aber auf eine unbestimmte Zeit verschoben, bis sich die geopolitische Lage ändert und die normalen gesellschaftlichen Prioritäten wiederhergestellt sind. Dann wird dieses Projekt wieder ins Leben gerufen. Solche Faktoren höherer Gewalt sind bei unserer Arbeit auch vorhanden. Worauf würde ich Sie gerne aufmerksam machen auf die Risiken. Es gibt Risiken, die, wie Sie sagten, mit der Veröffentlichung von Informationen verbunden sind. Es gibt noch eine ähnliche Geschichte. Risiken im Zusammenhang mit Persönlichkeiten. Bevor ein Projekt startet, muss es eine Reihe von Genehmigungen durchlaufen. Viele wichtige Leute müssen Ja, Ja, Ja sagen. Es müssen viele Ja gesagt werden, damit das Projekt zu einem Punkt gelangt, wo die endgültige Entscheidung über seine Umsetzung getroffen wird. In dieser Kette kann es aber Leute geben, die etwas gelesen, aber nicht ganz verstanden haben. Es kann sein, dass sie schon eine voreingenommene Meinung haben, die durch skrupellose Publikationen inspiriert wurde. In diesem Fall verlangsamt sich das Projekt. Man soll dann wieder einige Sachen erklären. Dann kommt das Projekt nicht so schnell voran, wie man es gerne hätte. Oder es wird ohne Erklärung eingestellt, was auch schon vorgekommen ist. Eugenie hat wahrscheinlich noch viele weitere solcher Beispiele. Wir hatten mehr als ein oder zwei Beispiele, wo wir sicher waren, dass unsere Kapitalrendite, Betriebskosten, Investitionsausgaben, Projektkosten, Bedarf und im Allgemeinen praktisch alle Parameter besser als bei der Konkurrenz waren. Manchmal viel besser. Aber wir haben diese Ausschreibungen nicht gewonnen, einfach weil es auch andere Interessen gab. Ich stimme mit Arsen absolut überein, dass die technischen und wirtschaftlichen Merkmale, die wir als die wichtigsten Parameter betrachten, nicht immer die Hauptrolle spielen. Zum Beispiel der Preis und so weiter. Es kann durchaus sein, dass es dort auch andere Interessen gibt. Oder es ist so, dass die Idee der Projekte etwas umfassender ist, als wir es sehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Maxim. Wir sehen, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die nicht dafür sprechen, dass wir alle Informationen preisgeben, wie Arsen es schon gesagt hat. Ich erlaube mir, eine Zusammenfassung zu geben. Wenn wir Informationen veröffentlichen, stoßen wir damit auf eine Diskussion an. Innovationen waren noch nie willkommen. Es gibt verschiedene soziale Phänomene, wie NIMBY, eine englische Abkürzung, die NICHT in meinem Hinterhof bedeutet. Es bedeutet, du kannst überall bauen, aber wenn die Straße an meinem Haus vorbeiführt, dann bin ich damit nicht einverstanden. Wenn eine solche Diskussion beginnt, dann ist es so, dass für jeden positiven Bericht auch einen negativen Artikel geben wird. Und das kann die Meinung der Entscheidungsträger oder der lokalen Behörden beeinflussen. Andererseits, wenn wir diese Informationen nicht veröffentlichen, dann lassen wir einerseits die Möglichkeit offen, die Meinung von Behörden oder anderen Entscheidungsträgern zu beeinflussen. Andererseits führt die Veröffentlichung dieser Informationen ohnehin zu keinem Ergebnis. Wir haben darüber in der ersten Episode dieser Serie gesprochen. Unsere Kunden sind besondere Menschen, die die meisten ihrer Informationen nicht aus den Medien erhalten, sondern von ihren Beratern, Consultants und so weiter. Und wir arbeiten nun mit diesen Menschen. Wir haben über viele Dinge gesprochen und ich hoffe, dass unsere Zuschauer ein wenig mehr verstanden haben, warum wir viele Dinge nur am Rande erwähnen. Sehr selektiv und sehr vorsichtig. Das geschieht in erster Linie im Interesse der Wirtschaft, im Interesse der Technologie, im Interesse der Investoren. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, liebe Kollegen, für Ihre Teilnahme an der heutigen Diskussion. Nächstes Mal werden wir über unsere Aktiva, unsere Kompetenzen und über die Vorbereitung der materiellen Basis für die Umsetzung von kommerziellen Projekten sprechen. Wir hoffen, dass sie sich uns anschließen werden. Und danach, am Ende dieses Jahres, vor den Feiertagen, wird der Generalkonstrukteur und CEO von Unitsky String Technologies eine Rede halten, in der er die Ergebnisse des Jahres zusammenfasst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder.